Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Hobbit. Wir sind hier immer noch unten und wir wollen natürlich wieder hier raus. Und wie ich in der letzten Folge, als ich es hier nochmal angeschaut habe, gesehen habe, steigt hier das Wasser. Ich dachte erst, ich bin in irgendeine tiefe Stelle getappt und deswegen dann ertrunken, aber der Wasserpegel steigt, damit wir hier mit dem Raumstamm nach oben können. Hätte ich auch mal vorher sehen können, naja. Jetzt klettern wir mal hier hoch und hier drauf. Hier sind noch ein paar Münzen und Mutpunkte. Die wollen wir natürlich mitnehmen. Haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht, da hinten sehe ich dann nur weitere Sachen. Ja, ich denke, können wir erstmal ganz beruhigt oder auch nicht weitergehen. Ja, gut. Na dann, äh, noch einmal das Ganze. Äh, ich schneide das einfach raus. Wir sehen uns gleich wieder. So, da habe ich es schön auf die andere Seite geschafft. Leider kann man danach nicht mehr da hinten hochklettern. Ich habe es ein bisschen versucht. Oh, da kommt man absolut nicht mehr zurück. Das heißt, wir sind hier... Diese Spinnen ruinieren alles, das sie berühren. Und können nicht speichern. Macht es ein bisschen schwieriger. Ha, da unten sieht es irgendwie gefährlich aus. Gegengift bekommen wir. Wieder ganz viele Spinnen hier. Auch ein paar größere, aber keine Giftspinnen. Oh, doch, da ist eine. Natürlich. Da ist noch eine Spinne hinter mir, aber die... Erwischt mich nicht. Ha! Oh Mann. Schon wieder eine große. Was ist das jetzt? Ne, da ist aber... Okay. Noch irgendwo. Ich springe hier mal ein bisschen rum, bevor sie mich erwischen. Ne, das scheint es jetzt gewesen zu sein. Okay. Schauen wir doch mal, was hier in dieser goldenen Truhe ist. Na, fast. Mir fällt gerade ein, dass ich noch die Uhr stellen muss, damit ich weiß, wie lang hier diese Folge wird. Was haben wir denn da? Bei diesem Öl sollte ich die dicken Netze verbrennen können. Okay. Das Öl. Das ist schon ein bisschen Feuer. Weiteres Zeug. Oha. Noch mehr Spinnen. Da oben. Na. Was ist denn mit der Spinne hier los? Ich glaube, die will zu mir. Die kommt aber nicht hin. Aber wieder oben. Die kann ich hier schön erledigen. Huch. Behalte doch mal anvisiert. Machen wir es eben so. Oder auch nicht. Ach, Mann. Schade. Aber wir haben ja genug Gegengift dabei. Wie komme ich da nach oben? Wahrscheinlich muss ich erstmal in die Höhle. Höhle? Ja, doch. Oder? Hm. Wird denn das hin? Komme ich von da hinten hier lang? Oder? Oder muss ich hier so ein bisschen rumklettern? Ich probiere es gerade mal. Ich gehe hier mal lang. Und hoffe, dass ich nicht weiterkomme, sondern irgendwie einfach nur da hoch. Ne. Da geht es zurück. Da geht es definitiv zurück. Da ist das riesige Netz. Das wir ja mit dem Öl durchtrennen müssen. Das heißt, wir müssen irgendwo anders lang. Komme ich denn da drauf? Da ist doch ein Speicherpunkt auch, oder? So komme ich da ja nicht hin. Komme ich von diesem Ast hier hin. Ne. Okay. Dann werden wir das wohl oder übel hier probieren müssen. Gehen wir mal nach da unten in das schaurige Feld. Och, jetzt rutsche ich mir auch noch rein. Oha. Eine große Spinne. Na, das ist ja... Wow. Na, das wird ja jetzt was. Okay. Oh, ich glaube... Ich glaube, ich habe eine Taktik, wie sie mich nicht attackieren. Okay, doch nicht. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber wenn wir die so umwerfen können... Ja, dann haben wir doch ein paar reelle Chancen hier. Ja, doch. Das klappt ganz gut. Und komm. Ein letzter Stoß. Oha. Oha. Naja, die blockt... Die blockt schön ab hier. Jetzt aber nicht mehr. So. Was war es mit dir? Ein paar Steine. Die nehme ich doch gerne an mich. Dann klettern wir doch mal... Soll ich da hoch oder... Hier hoch? Sieht so aus, als würde ich da hochkommen. Ich dürfte auch... Hm. Ich probiere es einfach mal hier. Das ist der kürzere Weg. Vielleicht kommen wir da hoch. Wo muss ich denn da hinten? Nach da. Dann noch ein Stückchen nach links. Und weiter nach vorne. So. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, boah. Okay. Aber die Frage bleibt natürlich... Komme ich da... ...zu den Ästen hin, die wir gerade gesehen haben? Oder nicht? Sieht aber ganz gut aus. Wenn ich hier lang darf, dann... ...sieht das doch nach einem richtigen Weg aus. Okay. Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass ich da rüberkomme. Nein. Ähm... Tja. Okay. Bedrohliche Musik. Aber die Spinne ist ja schon längst nicht mehr. Gehe ich doch gerade mal hier rein. Hier geht es ja scheinbar nicht weiter. Okay. Das heißt, wir kommen da nur zurück. Na gut. Na. Das war doch fast... Komm schon. Boah. Gegengift reingehalten. Und was war das blaue? Wahrscheinlich ganz viele Münzen. Na, komm schon. Das ist doch voll im grünen. Also bitte. Das war jetzt nicht im... So, bevor ich es hier... ...versaue. Oh. Das muss jemand verloren haben. Ich nehme es besser an mich. Nachschlüssel. So. Jetzt haben wir noch einen riesigen Ring gefunden. Scheint eine Side-Quest zu sein. Da bin ich mal gespannt... ...wo wir den benutzen können. Also kommen wir hier nur raus. Leider nicht. Nicht zu den... ...ästen. Aber da drüben möchte ich hin. Und da kann ich auch hin. Oh. Sehr gut. Eine weitere Lebens... ...Energie... ...Ugel, Ball, wie auch immer. Ne. Hier komme ich nur wieder raus. Aber ich komme nicht nach da oben. Wie komme ich denn da hoch? Da ist doch ein Speicherpunkt. Ich muss da doch irgendwie hinkommen. Aber da komme ich nicht rüber. Hier rutsche ich auch immer wieder runter. Hä? Da? Von da aus komme ich. Oh Mann. Bilbo, da durfst du doch nicht abrutschen. So, das Tofe ist jetzt... ...all das, was wir jetzt gemacht haben... ...müssen wir jetzt... ...noch mal machen. Ähm... ...das werde ich euch aber ersparen... ...und deswegen sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder... ...alles wieder erledigt. Wenn ich jetzt mal... ...da uns gleich eine andere Wahl bleibt... ...müssen wir wohl einfach weitergehen. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Ich traue mich nicht so wirklich weiterzugehen... ...aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie... ...einen Weg übersehen hätte. Da sind Wutpunkte da... ...und da kommt man irgendwie da lang. Aber... ...irgendwie komme ich nicht nach oben. Oder ich bin einfach blind. ...und sehe den Weg vor meinen Augen nicht. Hier ist ja auch nicht wirklich was zum Klettern. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht hoch. Das ist zu hoch. Ja. Das ist zu hoch. Das kann ich vergessen. Na gut, ich hoffe mal... ...dass ich da irgendwie lang kann. Hier kann man ja scheinbar durch diese... ...Baumstämme durch... Hm. Keine Ahnung. Ich hoffe, wir kommen da noch hin. Geht's einfach mal weiter. Da sind wir wieder... ...im Lager. Hallo, Herr Jäger. Ach, Corwin. Ich habe diesen Ring im anderen Lager gefunden. Gehört er euch? Der Ring meines Bruders. Er gehört unserer Familie seit Generationen. Vielen Dank für dieses Andenken, edler Hobbit. Oh ja, das gefällt mir. Schön viele Mutpunkte. Na dann... ...schmeißen wir doch mal das Öl ins Feuer. Ja. Der Weg ist frei. Viel Glück bei eurer Suche. Ja, das werde ich hoffentlich haben. Oder auch brauchen. Wir brauchen ganz viel Glück hier. Und ich hoffe... Ja, da... ...da sieht's mir nach Baumstamm aus, wo wir irgendwie... ...dann könnten auch mal nicht... ...hoffe so sehr. ...Norys Umhang. Ich muss auf dem richtigen Weg sein. Aha. Sehr gut. Ich hoffe wirklich, dass wir nochmal... Oh, oh Gottes Willen. Angriff von hinten. Dass wir da hinkommen. Außer ich... ...Giftspinne. Giftspinne. Da ist schon wieder eine. Und ich habe mich gehört. Wo ist die denn schon wieder? Warum? Wie schafft es die, die ganze Zeit hinter mir zu sein? Ach, die ist im Grün. Deswegen sehe ich die nicht. Meine Gute. Ganz so schön Gegengifte. Ich hätte das erst nehmen sollen, nachdem die alle besiegt sind. Wow. Oh. Ganz viele Pilze. Sehr gut. Und eine weitere Kiste mit einem Heiltrank. Sehr gut. Den können wir auch gut gebrauchen. Jetzt müssen wir irgendwie hier rüber kommen. Aber... Ich glaube, der vollgegebene Weg... ...den kennen wir. Ja, sehr gut. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt da hinkommen. Glaube es aber. Ich vermute es sehr stark. Spinnen? Okay, nein. Ja, ja. Ich glaube, wir sind genau da, wo ich hin will. Toll. Schon wieder vergiftet. Oh ja. Sehr schön. Und ein Speicherpunkt. Endlich ein neuer Speicherpunkt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange diese Folge ist. Denke aber, von der Zeit her kommt es ganz gut hin. Und weil hier gerade ein Speicherpunkt ist, mache ich hier mal Schluss für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.